So, heute geht es um die dicken Brummer von Veko. Ich habe sie auch in zwei unterschiedlichen Verpackungen. Einmal eine Vierer-Verpackung und einmal eine Dreier-Verpackung. Die Vierer-Verpackung ist, soweit ich weiß, aus dem Set Hip-Hop von Norma und die war in dem Pyro X-Box von Norma drin. Sind, ja, die ganz normalen dicken Brummer von Veko, die aktuellen, im Vergleich zu den alten etwas schwächer geworden. Das Design mit dieser Hummel ist allerdings gleich geblieben. Kennt ihr ja vielleicht aus anderen Videos. Hier ist die übliche Gebrauchsanweisung. Hersteller ist HC, der Importeur Veko natürlich. Die in ihm sind 8,85 Gramm. Wir werden ihn auspacken. Hier ist die Verpackung etwas fummelig geraten. Kommt der allseits bekannte dicke Brummer raus. Ebenfalls nochmal mit Anleitung, BAM-Nummer, Hersteller und Importeur und NEM von 2,95 Gramm. Die aus der Vierer-Verpackung sind genau die gleichen. Gibt es eigentlich nicht mehr viel zu zu sagen. Gleiche BAM-Nummer, gleicher Hersteller, gleiche NEM. Ebenfalls HC der Hersteller, wie es hier auch war. Mal reinhalten. Vom Aussehen her sind es ebenfalls genau die gleichen. Lohnt es ja eigentlich schon kaum, ihn noch auszupacken. Ist jetzt etwas schlechter geklebt, aber im Prinzip genau das gleiche. Dann bedanke ich mich wie immer fürs Zuschauen. Abonniert mich. Und bis zum nächsten Video.